Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zum Thema Zeugen Jehovas und heute mit dem Thema Zeugen Jehovas und der verpflichtende Predigtdienst. Darum geht es heute hier in diesem Video und als erstes möchte ich natürlich wieder Danke sagen. Danke an all die, die diesen Kanal unterstützen durch Likes, durch Kommentare, dass sie mitmachen, durch Abonnements, dadurch, dass ihr teilnehmt an den Livestreams, die ich ja nun regelmäßig mache. Ich versuche es jetzt immer einmal die Woche zu machen, kann jetzt noch gar nicht so genau sagen, wann der nächste kommt. Aber dafür danke ich euch recht herzlich, dass ihr mir so viel Zuspruch gebt und das ermutigt mich natürlich weiterzumachen. Einer dieser Kommentare, den möchte ich natürlich wie immer vorlesen, heute von E.Eda. Er oder sie schreibt, bin jetzt erst auf deinen Kanal gestoßen, vielen lieben Dank an deine Videos, du erklärst es alles sehr anschaulich und es so, dass es Außenstehende auch verstehen. Ich bin selbst in der Wahrheit aufgewachsen, Anführungszeichen, mit 17 taufen lassen und so weiter, erklärt sie ihre Geschichte kurz und dass sie dann irgendwann wieder ausgestiegen ist und dann sagt sie, sie fühlt sich wie auf einem Planeten, auf einem ganz anderen Planeten, den ich vorher nicht kannte, wie ein Alien. Ich musste selbst lernen, wie ich Freunde finde, da ich das vorher nicht kannte. Echt schräg. Wie sehr ich mir gewünscht hätte, dass es solche Videos gegeben hätte, als ich noch Zeuge war. Ja, vielen, 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 vielen lieben Dank für deine Arbeit und dann ganz viele Smileys und Herzchen dahinter. Ich danke dir auch für diesen Kommentar und das ist der Grund, warum ich solche Videos mache, um aufzuklären, um vielleicht einen Tipp zu geben, um vielleicht mal hinter die Kulissen zu schauen. Wie ich ja schon oft erwähnt habe, weil ich ja lange Zeit, 27 Jahre Zeuge Jehovas, war in der Deutschlandzentrale in Selters, war Ältester und mir ist das ja auch nicht leicht gefallen, dieser Ausstieg und ich habe die gleichen Fragen gehabt, die ihr habt heute und deswegen möchte ich da gerne auch helfen mit meinen Videos. Das ist der Grund, warum ich diese Videos mache und eine Sache, eine Sache möchte ich auch nochmal anmerken, das klappt eigentlich wirklich sehr gut, also die Leute, ihr, die ihr die Videos schaut, ihr seid recht objektiv, ihr seid recht fair in euren Kommentaren und natürlich gibt es da auch ein oder zwei Zeugen Jehovas, aktive Zeugen Jehovas, die sich vielleicht auch innerlich noch nicht so ganz getrennt haben, auch diese natürlich herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich freue mich über jedes Feedback. Eine Sache, die kann ich jedoch nicht unterstützen, das ist, wenn Hass verbreitet wird über meinen Kanal, wenn in den Kommentaren irgendwelche Hassgeschichten reingeschrieben werden, irgendwelche unpassenden Geschichten. Ich mag nicht so gerne löschen, aber ich habe ein, zwei Kommentare dann doch letztens löschen müssen, weil sie doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also das wollte ich nur nochmal ganz kurz erwähnen. In diesem Kanal geht es um objektive Auseinandersetzung mit dem Thema Zeugen Jehovas, um eine faire Auseinandersetzung mit dem Thema Zeugen Jehovas, denn mir geht es auch so wie vielen anderen ehemaligen Zeugen Jehovas, dass ich die Menschen, die Zeugen Jehovas, die ich verlassen habe, sehr gern habe, hatte. Jetzt darf ich sie nicht mehr gern haben und von daher gibt es ganz viele, die ich auch heute gern noch umarmen würde, es nicht mehr kann, nicht mehr darf und weil sie mir so am Herzen liegen, möchte ich auch einen fairen Umgang mit dieser Gemeinschaft pflegen. Aber das nur so am Rande, muss man hin und wieder mal erwähnen. Und jetzt zurück zum Thema heute, Zeugen Jehovas und der verpflichtende Predigtdienst. Nun mag ein Außenstehender das vielleicht gar nicht so wissen, dass tatsächlich der Predigtdienst bei den Zeugen Jehovas einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert einnimmt. Also jeder Zeuge Jehovas muss predigen gehen, muss predigen gehen, ich habe gleich ein paar Zitate auch aus der Literatur der Zeugen Jehovas, das ist also bindend. Also wenn du dich nicht am Predigtdienst beteiligst, soweit du es kannst natürlich, dann wirst du auch nicht zur Taufe zugelassen zum Beispiel, um ein Zeuge Jehovas zu werden. Also der Predigtdienst hängt ganz eng damit, ist ganz eng damit verknüpft, ein Zeuge Jehovas zu sein und als Zeuge Jehovas trägt man das ja auch schon im Namen. Denn dieses Zeugesein, Zeugnis geben, das ist also etwas ganz Elementares, etwas ganz Wichtiges, wird immer wieder betont im ganzen Vokabular der Zeugen Jehovas und es vergeht eigentlich kaum, kaum eine Versammlung bei den Zeugen Jehovas, wo es nicht irgendwie mal erwähnt wird, dass die wichtigste Arbeit, die wir heute tun können, der Predigtdienst ist. Der Predigtdienst, warum ist der Predigtdienst verpflichtend? Ich habe dazu vier Theorien oder was heißt vier Theorien, vier Punkte, wo ich gedacht habe, so das ist eigentlich der Grund, warum es den Predigtdienst gibt bei den Zeugen Jehovas. Grund Nummer eins, Abgrenzung zu anderen Kirchen. Ja, wir sind die wahren Christen, wir sind die einzigen, die das in der Form machen. Also Abgrenzung zu anderen Kirchen, hatten wir schon öfters mal in den Videos, das Thema Abgrenzung. Zweitens, Beweis der Treue gegenüber der Organisation. Ja, siehe Predigtdienstbericht und der Predigtdienst hängt ja auch zusammen mit Vorrechten, also gemäß des Predigtdienstberichtes wird auch entschieden, ob du ein vorbildlicher Zeuge Jehovas bist oder nicht und das ist wiederum ausschlaggebend für weitere Vorrechte. Also Beweis der Treue gegenüber der Organisation. Und drittens, Aufmerksamkeit natürlich in der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung, weil die Art und Weise des Predigtdienst, auch wenn es nicht so viele Zeuge Jehovas weltweit gibt, sind ja nur acht Millionen und früher waren es ja auch noch viel weniger und trotzdem kannte man sie schon immer für diesen aufmerksamkeitserregenden Predigtdienst. Das ist Grund Nummer drei. Und Grund Nummer vier, ein falsches Verständnis der Bibel. Das sind die vier Gründe, warum der Predigtdienst so einen großen Stellenwert bei den Zeugen Jehovas hat. Ich werde da gleich noch im Einzelnen drauf eingehen. Als erstes habe ich hier ein Zitat aus dem Wachtturm 1988. Da heißt es, wird zitiert aus Römer 1, Vers 7. Mit dem Mund legt man eine öffentliche Erklärung zur Rettung ab und dann heißt es, diese öffentliche Erklärung zur Rettung, die jemand bei seiner Taufe ablegt, schließt auch das Predigen der guten Botschaft von Jehovas Königreich in der Öffentlichkeit mit ein. Also da sieht man schon den engen Zusammenhang, den Jehovas Zeugen sehen, zwischen Rettung, gerettet werden und Predigtdienst. Ein Zeuge Jehovas glaubt nicht, dass man gerettet werden kann, ohne dass man sich in irgendeiner Form an diesem Werk beteiligt. Das ist also in der DNA sozusagen eines Zeugen Jehovas. Im gleichen Wachtturm wird auch schon darauf Bezug genommen, was ich vorhin in Punkt Nummer vier als falsches Bibelverständnis hier erklärt habe. Da heißt es nämlich, derselbe Ausdruck im Plural, kat oikos, das ist also ein griechischer Begriff, wird von Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 20 gebraucht, wo es heißt, und dann wird hier die neue Weltübersetzung zitiert, die Übersetzung der Zeugen Jehovas, wobei ich mich davon nicht zurückhielt, euch öffentlich und von Haus zu Haus zu lehren. Und diese Apostelgeschichte 20, Vers 20, das ist so ein Schlüsseltext bei den Zeugen Jehovas, neben Matthäus 24, Vers 24, diese gute Botschaft wird gepredigt werden auf der ganzen bewohnten Erde und so weiter, dann wird das Ende kommen. Apostelgeschichte 20, Vers 20 wird als Beweis genommen, dass es wichtig ist, als wahrer Christ von Haus zu Haus zu gehen. Jetzt gucke ich mal in der normalen Bibel. Ich muss gestehen, ich habe hier vorher gar nicht nachgeguckt, aber ich vermute mal, da steht was anderes. Apostelgeschichte 20, Vers 20, und ich habe jetzt hier, wie meistens, ich kann auch irgendwann mal eine andere Übersetzung hier benutzen, aber die liegt hier immer rum, die neue evangelistische Übersetzung. Also Apostelgeschichte 20, der Vers 20, da heißt es hier in meiner Bibel, ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was wichtig für euch ist. Ich habe euch öffentlich und in den Häusern alles verkündigt und gelehrt. Und das steht in so gut wie jeder Bibel drin, in den Häusern. Also das Haus, die Häuser ist logisch. Wenn im grüchischen hier der Plural steht, ist halt nicht ein Haus gemeint, sondern in den Häusern. Und da machen die Zeugen Jehovas aus, okay, wenn es in den Häusern heißt, das Gehäuser, also muss das von Haus zu Haus heißen. Der Kontext, der gibt das übrigens gar nicht her, dass das wirklich ein Predigtdienst von Haus zu Haus ist, so wie die Zeugen Jehovas das beschreiben. Aber man versucht es immer so darzustellen, als wäre das tatsächlich im Urchristentum ja das Werk gewesen, was allen Christen aufgegeben wurde. Und dann heißt es hier übrigens auch in diesem Wachtturm dann noch weiter, der Ausdruck von Haus zu Haus wird in verschiedenen Übersetzungen mit euren Häusern wiedergegeben und so weiter. Und dann wird hier noch gesagt, als Beweis, ja der Kontext sagt, doch legte ich gründlich Zeugnis ab, sowohl vor Juden als auch vor Griechen in Bezug auf Reue gegenüber Gott und Glauben an unseren Herrn Jesus. Das ist kein Beweis dafür, dass das hier ein Predigtdienst von Haus zu Haus sein muss. Also ich kann mehreren Gruppen, also den Juden und den Griechen, auch in anderer Form predigen sozusagen. Also es bleibt hier nicht den Einzelnen überlassen, bei den Zeugen Jehovas, wie der Predigtdienst zu machen ist, also wie dieses Jüngermachen ist, was ja schon ein Auftrag ist von Jesus, dass Jesus sein Nachfolger gesagt hat in Matthäus 28, 19 und 20 geht hin, macht Jünger aus allen Menschen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens spätestens, wenn man diesen Vers, was ist das, 18, 19, 20, also spätestens, wenn man diesen zweiten Vers dann liest, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sieht man schon, aha, da macht die Jehovas Zeugen ja schon mal was verkehrt, weil sie halt nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Interessant. Heute wird übrigens, werden heute auch sehr viele Briefe geschrieben, klar, in Pandemiezeiten ist es so, dass man natürlich nicht mehr so von Haus zu Haus gehen kann, öffentlich, dann werden sehr viele Briefe geschrieben, aber wie gesagt, es bleibt nicht dem Einzelnen überlassen und der Predigtdienst von Haus zu Haus, das ist das Markenzeichen der Zeugen Jehovas und man versucht hier klarzustellen, dieses, so wie Jehovas Zeugen das machen, und das ist die einzig richtige Form, Jünger zu machen. Und jetzt wird es noch interessanter, jetzt habe ich einen Artikel, einen Königreichsdienst, Februar 1998, überschrieben, Jehovas Zeugen, wahre Evangeliumsverkündiger. Nicht als Frage, sondern als Fakt, Jehovas Zeugen, wahre Evangeliumsverkündiger. Und das ist schon spannend zu lesen, hier heißt es, Jesus Christus er legte allen seinen, es ist kursiv geschrieben hier, Jesus Christus legte all seine Jüngern die Verpflichtung auf, Verpflichtung auf, das Evangelium zu verkündigen, indem er ihnen ausdrücklich gebot, die gute Botschaft vom Königreich zu predigen. Und das stimmt einfach nicht. Also er hat es nicht allen gesagt, er hat es nicht als Verpflichtung gesagt und er hat auch nichts über die Form gesagt. Das stimmt einfach nicht. Das gibt die Schrift nicht her. Und jetzt ist hier als Beweis Matthäus 24, Vers 14 angeführt. Also das gibt die Bibel leider nicht her, diesen Satz so zu schreiben, nämlich, dass es eine Verpflichtung ist für jeden Einzelnen und dass das Predigen halt von Haus zu Haus die einzig richtige Form ist, so wie Jehovas Zeugen das machen. Es heißt hier weiter, Jehovas Zeugen haben sich heute als wahre christliche Evangeliumsverkündiger erwiesen, da sie die Königreichsbotschaft in 232 Ländern und Inselgebieten predigen und allein in den letzten drei Jahren über eine Million neue Jünger getauft haben. Warum ist denn unser Evangeliumswerk so erfolgreich, wird hier gefragt. Also die Schrift gibt es nicht her und jetzt wird es untermauert. Jetzt versucht man diesen Fakt zu untermauern. Wir sind die einzig wahren Evangeliumsverkündiger, indem man hergeht und sagt, naja, wir haben uns als einzige wahre Evangeliumsverkündiger erwiesen, weil wir in 232 Ländern und Inselgebieten predigen und weil wir in den letzten drei Jahren über eine Million, wann wurde es geschrieben? 98. Über eine Million neue Jünger getauft haben. Und das ist kein Beweis. Also es ist kein Beweis. Und auf der anderen Seite, das was hier gesagt wird, das kann man leicht, also ich muss ja schon so ein bisschen schmunzeln, also wenn es wirklich daran liegt, also dass jemand ein wahrer Evangeliumsverkündiger ist, am Wachstum, ja, wenn es wirklich am Wachstum liegt, dann können wir uns mal ein paar Fakten anschauen. Ein paar Fakten zu den Zeugen Jehovas. Also, bis in die 90er Jahre hinein hatten sie ein 5%iges Wachstum im Durchschnitt. Danach in den 90er Jahren wurde es verlangsamt und es liegt heute bei 2% im Durchschnitt in den letzten Jahren. Weltweit durchschnittlich 2% Wachstum. Dieses Wachstum bezieht sich übrigens hauptsächlich auf die Getauften, die getauft werden. Und darauf wird ja hier auch Bezug genommen. Eine Million Getaufte. Jetzt habe ich eine interessante Studie hier gefunden von einem Soziologen Rodney Stark und dem Wirtschaftswissenschaftler Lawrence R. Sie sagten, nach Ansicht des Sozialwissenschaftlers und dieses Wirtschaftswissenschaftlers deutet die im Vergleich zu den Neugetauften niedrige Zunahme der Gesamtzahl der aktiven Zeugen Jehovas auf eine verhältnismäßig hohe Fluktuation hin. Die haben sich also die Zahlen mal genau angeguckt und haben festgestellt, und wenn man so ein bisschen Statistik kann, dann kann man das leicht feststellen, dass man merkt, okay, da ist eine hohe Zunahme, aber was passiert denn dann mit den Leuten? Also was passiert denn, wenn sie dann getauft wurden? Und da hat man festgestellt, gibt es wohl eine sehr, sehr hohe Fluktuation von Zeugen Jehovas. Also, ja, viele taufen auf der einen Seite, viele Ausschlüsse, viele Austritte auf der anderen Seite ist wohl doch nicht so erfolgreich, der Predigtdienst, zumal es sich hauptsächlich um getaufte Jugendliche handelt, also selbst produzierte Zeugen Jehovas. Der zweite Punkt, der hier gesagt wird, dass sie wohl mit die erfolgreichste, wie haben sie hier geschrieben? Da sie die Königreichsbotschaft halt predigen und so erfolgreich sind, zu dem erfolgreich habe ich auch noch eine interessante Zahl gefunden, nämlich von Dorothea Sattler, Kirchen, Schöning, erschienen im Paderborn Verlag 2013, Seite 56, also es gibt auch eine Quelle dazu, und sie schreibt hier, wer ist denn die am schnellsten wachsende, die am schnellsten wachsende religiöse Gruppe, sind das die Zeugen Jehovas? Die am schnellsten wachsende religiöse Gruppe weltweit? Es wird hier gesagt, die am schnellsten wachsende Gruppe der letzten 50 Jahre ist die Pfingstbewegung, die heute vermutlich bereits ein Viertel aller Christen ausmacht. Ein Viertel. Das sind mehrere hundert Millionen. Die Pfingstbewegung ist also die am schnellsten wachsende. Also wenn man danach gehen würde mit dem Kriterium, wer ist denn der erfolgreichste, am schnellsten wachsende, am weitesten verbreitetste, da müsste man wahrscheinlich sagen, die Pfingstbewegung. Was ich natürlich jetzt hier nicht sagen möchte, dass die Pfingstbewegung die einzig wahren Evangeliumsverkündiger sind, aber ich möchte das mal so ein bisschen in Relation setzen. Der Erfolg, den Zeugen Jehovas sich gerne auf die Schulter schreiben, der ist vielleicht gar nicht so ein großer Erfolg, wenn man das mal so ein bisschen in Relation sieht. Als Zeugen Jehovas kennt man ja immer nur die internen Zahlen. Also die wahren Evangeliumsverkündiger sind sie wahrscheinlich dann nach ihren eigenen Maßstäben nicht. Jetzt kommt noch mal so ein bisschen Druck. Jetzt habe ich noch mal einen Königreisdienst gefunden, 2011, Quatsch, 1996, Königreisdienst November. Da heißt es, eine moralische Verpflichtung. Also der Predigtdienst ist eine moralische Verpflichtung. Und hier merkt man schon der Druck, der hier aufgebaut wird im Predigtdienst. Wenn du nämlich im Predigtdienst, sag ich mal, nicht so dein Bestes gibst und nicht so aktiv bist wie andere, dann bekommst du ja eine Ermunterung. Ich habe ja auch schon mal ein Video über Ermunterung gemacht. Und zur Ermunterung könnte zum Beispiel so ein Artikel dann dienen, dass du besucht wirst zu Hause als Zeuge, Jehovas Navisto ermuntert mit dem Artikel, wo es dann heißt, eine moralische Verpflichtung. Liebe Schwester, lieber Bruder, es gibt eine moralische Verpflichtung und dann heißt es hier, ein Auftrag ist, das Gebot vorgeschriebene Handlungen auszuführen. Wir haben den Befehl zu predigen von Christus. Hammer, oder? Wir haben den Befehl zu predigen von Christus. Der Apostel Paulus war sich darüber im Klaren, dass ihm dies eine Notwendigkeit und moralische Verpflichtung auferlegte, die gute Botschaft zu verkündigen. Und dann kommt was ganz Subtiles. Wird hier gesagt, stelle dir zur Veranschaulichung einmal vor, du gehörtes zur Besatzung eines sinkenden Schiffes. Wird sehr häufig benutzt, diese Metapher. Der Kapitän befiehlt dir, die Passagiere zu warnen und in die Rettungsboote zu führen. Wirst du diesen Befehl missachten und dich lediglich darauf konzentrieren, sich selbst zu retten? Bestimmt nicht. Andere Menschen sind von dir abhängig. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Du bist moralisch verpflichtet, deinen Auftrag, ihnen zu helfen, auszuführen. Und jetzt kommt's. Wir wurden von Gott beauftragt, eine Warnung erschallen zu lassen. Jehova wird diesem gesamten bösen System der Dinge bald ein Ende bereiten. Millionen Menschenleben sind gefährdet. Wäre es richtig, außer Acht zu lassen, dass andere in Gefahr sind und nur darauf bedacht zu sein und uns selbst zu retten? Natürlich nicht. Wir sind moralisch verpflichtet, mitzuhelfen, anderen das Leben zu retten. Und was übrigens zur Rettung führt, das bestimmen ja die Zeugen Jehovas dann. Also nicht so, wie in der Bibel steht, wir sind gerettet durch Glauben, sondern die Zeugen Jehovas legen ja dann fest, wodurch ist Rettung zu bekommen und Rettung bekommst du halt nur, also die Rettung vor diesem Ende dieses Systems, das ist ja auch die Botschaft, diese Rettung bekommst du nur, wenn du dich in die Arme der Zeugen Jehovas begibst. Also das ist schon ziemlich krass, wenn man es so als Außenstehender auch hört, als Ehemaliger hört, so als Zeugen Jehovas selbst nimmst du es vielleicht nicht so wahr, weil du denkst, ja wieso, aber das steht doch in der Bibel. Und hier werden verschiedene Sachen miteinander vermischt, also das Beispiel zum Beispiel mit dem Kapitän, dieses Beispiel passt auf keinen Fall, denn das wäre ja so, als wenn der Kapitän der Einzige wäre oder du der Einzige wärst auf dem Schiff, der jemand retten kann, weil wir wissen, Rettung hängt nicht von uns ab. Rettung hängt nicht von Christen ab, die andere Christen zu jünger machen. Rettung hängt davon ab, dass Menschen zu Christus gezogen werden und dass sie Glauben aus Gnade bekommen. Davon hängt die Rettung ab. Also das ist schon sehr, sehr anmaßend hier, finde ich, und sehr viel Druck aufbauend, dieser Artikel, wo es darum geht, eine moralische Verpflichtung. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch einen schönen Artikel gefunden aus dem Wachtturm 2013, 15.7., Seite 12 und 13. Da heißt es nämlich, was unterscheidet wahre Christen bis heute von Scheinkristen. Und hier sehen wir wieder diese moralische Überheblichkeit der Zeugen Jehovas, sich über andere zu stellen, sich über andere Christen zu stellen, wenn solche Sätze hier fallen, was unterscheidet wahre Christen bis heute von Scheinkristen. Und ich hatte ja letztens auch ein, es gibt ja auch ein Video von mir hier im Kanal, wo es heißt, dass Zeugen Jehovas halt keine wahren Christen sind. Oder die Frage halt mal erörtert wird, sind Zeugen Jehovas wahre Christen? Und sie selbst stießen sich eigentlich davon aus, wenn sie andere so behandeln und so herabschauen auf andere Christen, können sie selbst eigentlich kaum Christen sein, um das nochmal so klarzustellen. Und es wird hier geschrieben, besonders wodurch unterscheiden sich wahre Christen von Scheinkristen? Durch das Predigen. ist die Antwort. Und dann heißt es hier weiter, dass die Bibelforscher von jener Zeit an, das ist die Zeit von 1919 gemeint, von jener Zeit an ihre Predigtdiensttätigkeit steigerten. Schon bald wurde das Predigen von Haus zu Haus zu einem Erkennungszeichen dieser treuen Christen und ist es bis heute noch. Also wodurch unterscheiden sich Christen von Scheinkristen durch das Predigen? Und eindeutig hier geschrieben, Wachtturm 2013, 15.7. Seite 12-13. Also schon eine sehr, sehr große Überheblichkeit und wir wissen ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Steht glaube ich auch in der Bibel. Meine ich so. Also fassen wir nochmal zusammen und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich mir diese vier Punkte rausgesucht habe, warum der Predigtdienst verpflichtend ist. Nämlich erstens, Abgrenzung zu anderen Kirchen. Zweitens, Beweis der Treue gegenüber der Organisation. Drittens, Aufmerksamkeit und Mitgliederwerbung. Viertens, falsches Verständnis der Bibel. Nun mag natürlich der ein oder andere sagen und dieses Argument, das habe ich schon so ein bisschen im Hinterkopf immer gehabt, mag der ein oder andere sagen, naja, aber Tobias, ist es nicht so, dass in der Bibel das steht? Also wir sollen Jünger machen? Hat Jesus das nicht gesagt? Und gehört das nicht mit dazu? Ja, das gehört mit dazu. Wobei die Frage ist ja, was hat Jesus als das höchste Gebot gelehrt? Matthäus 22, du sollst deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Und das sind die beiden Gebote und da steht nicht, du sollst predigen gehen. Also das mal nur so nebenbei. Aber diese Nachfolge, dieses Jünger machen, ist das nicht was ganz Essentielles, Wichtiges für einen Christen? Und ich beantworte diese Frage mit Ja, natürlich. Natürlich ist das ein Gebot von Jesus. Jesus hat darüber gesprochen, dass Christen auch Jünger machen und hat es allerdings nicht als Verpflichtung hingestellt und als Unterscheidungsmerkmal von anderen Christen, von Scheinchristen und so weiter. Also er hat das auch nicht als Druckmittel gemeint oder als Rettungsvorkehrung, so wie es Zeugen Jehovas nennt, hat er nicht. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann man denn Jünger machen? Wie kann man denn Jünger machen, außer mit diesem Predigtwerk, wie Jehovas Zeugen das machen? Also das ist doch das Beste, was man machen kann, oder? Ich habe mal sechs Ideen hier mir rausgesucht, wo ich gesagt habe, so ja, du musst ja auch nicht unbedingt von Haus zu Haus predigen, sondern es gibt ja noch andere Möglichkeiten und auch teilweise sogar effektivere Möglichkeiten. Also ich habe mal sechs Dinge zusammengetragen, wie man denn Jünger machen kann. Erstens ist Jesus selbst ja ein Beispiel, das wäre so mein erster Punkt, Jesus ist ein Beispiel für eine Lern-, Lehr- und Lebensgemeinschaft. Lern-, Lehr- und Lebensgemeinschaft mit seinen zwölf Jüngern zusammen und da waren ja auch noch ein paar mehr, die dann da immer ringsherum waren, hat er Zeit verbracht. Der hat mit denen Feste gefeiert, wenn wir das Hochzeitsfest sehen, der ist mit denen Fischen gegangen, der hat mit denen, er hat sie natürlich auch belehrt, er hat mit denen gegessen, ganz viel gegessen. Also Jesus ist ja auch sehr viel Essen gewesen mit seinen Jüngern und wenn wir da denken, zum Beispiel Matthäus, Steuereinnehmer, zack, zum Essen eingeladen, wo er gepredigt hat, zack, wurden Fische verteilt, es ging ganz oft um Essen, aber ich finde es interessant, dass Jesus ein Beispiel gibt, wie es geht, indem er eine Gemeinschaft mit anderen wollte. Er wollte Gemeinschaft haben mit anderen Menschen und allein dadurch sind sie dann zum Glauben gekommen und sind ihm nachgefolgt. Tausende sind ihm nachgefolgt, indem sie einfach nur mit ihm zusammen waren und mit ihm das Leben geteilt haben und das ist ein schönes Beispiel, glaube ich, auch für uns, so eine Lern-, Lehr- und Lebensgemeinschaft zu gründen. Zweiter Punkt, Jünger machen und ich glaube, das ist, glaube ich, so eigentlich das, was jeder kann und jeder macht auch irgendwo, jeder Christ, das ist dieses Jünger machen durch das alltägliche Christsein. Sei ein Christ und du wirst Jünger machen, und das ist ganz normal, ja, wenn andere Leute sehen, so, Mensch, wie kann das sein, dass du so bist oder so bist oder überhaupt, dass Menschen dich kennenlernen und bringen das dann irgendwann natürlich auch in Verbindung mit deinem Glauben und dann, und dann kommen sie auch zu Jesus und kommen sie auch zu Christus und das ist doch, also einfacher geht es nicht als Jünger machen durch alltägliches Christsein in unserem Umfeld, ja, so einen Unterschied machen vielleicht auch, dass Menschen sagen, so, ja, wieso macht er das, so, ah, er ist Christ, ja, das wäre mein zweiter Punkt, mein dritter Punkt, zeitgemäße Gottesdienste, ja, deswegen, ich habe extra hier nochmal zugeschrieben, zeitgemäße Gottesdienste, Gottesdienste, die Menschen auch ansprechen, ja, wo eine Predig ist, die Menschen anspricht, wo vielleicht Musik ist, die Menschen anspricht, ne, wo eine Art Gemeinschaft ist, die Menschen anspricht, wo vielleicht auch ein Gebäude ist, was Menschen anspricht, ne, wo sie dann nicht so zurückschrecken und so ehrfurcht ist, und also das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, so zeitgemäße Gottesdienste, das ist etwas, was auch Menschen zu Jüngern macht, weil sie sagen so, ach, das ist ja ein cooler Gottesdienst, da gehe ich mal hin. Und vierter Punkt, da habe ich übrigens auch eine persönliche Geschichte zu, will ich jetzt nicht im Großen erzählen, aber vierter Punkt ist Evangelisierungsveranstaltungen und da gibt es ja auch einige Evangelisationsveranstaltungen, das heißt, es sind Veranstaltungen, wo dann halt, die finden halt mal statt, in einem Zelt oder in einer Halle oder sonst wo und da gibt es irgendeine Art von christlichen Input und ich war zum Beispiel letztes Jahr auf einem christlichen Musical in Hamburg und da waren knapp 10.000 Leute innerhalb von einer Woche und hunderte, wirklich hunderte, haben ihr Leben Jesus übergegeben, also sind bekehrt worden, ad hoc auf so einer Veranstaltung. Also sehr effektiv und funktioniert, auch da kann man Jünger machen, Evangelisationsveranstaltungen. Fünftens, durch Medien, Medien wie Bücher, Internet, YouTube, ja, auch dadurch kann man Jünger machen, durch verschiedene Arten von Medien und sechstens, das ist so für mich so ganz klein, also außerhalb von Kirche, außerhalb von Gemeinde, gibt es ja auch Hauskreise, Hauskirchen und so weiter, Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, werde auch ich sein, auch so etwas kann anziehend sein, für Neue, die dann sagen, ich bekehre mich. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ich habe letztens auch von einem Beispiel gehört, von einer Arztpraxis, wo in dieser Arztpraxis dann einmal in der Woche ein Gebetsabend angeboten wird und wo sich auch schon Menschen bekehrt haben in so einer Gebetsveranstaltung. Es gibt so viele Möglichkeiten, Jünger zu machen, also das Predigen von Haus zu Haus, dass Zeugen Jehovas sagen, das ist das einzig Wahre, so wie wir das machen und in dieser Form, wie wir das machen, auch mit dieser, wo man sagt, so diese Verpflichtung, die da dahinter steckt, dass man das so verknüpft mit, du musst das machen, dieses Predigtwerk, wenn du hingehst als Zeugen Jehovas und du sagst dann irgendwann so, nee, will ich nicht mehr machen, kann ich nicht mehr machen, dann hast du einfach ein riesen großes Problem, dann bist du nicht mehr vorbildlich, bekommst keine Vorrechte mehr in der Versammlung, das ist dann der Fall und ganz, ganz ehrlich, unter den Zeugen Jehovas, es gibt eigentlich ganz, ganz viele, also ich würde mal sagen, der überwiegende Teil der Zeugen Jehovas gibt auch im persönlichen Gespräch zu, naja, Predigtdienst so von Haus zu Haus, meins ist es jetzt nicht, aber wir tun das ja alles für Jehova und das ist ja unser Opfer und genau als das sehen sie das, ein Opfer, was sie bringen, ein Opfer fällt einem schwer, es macht keinen Spaß und so ist es bei den Zeugen Jehovas und dann frage ich mich, ob so etwas dann funktionieren kann, wenn es keinen Spaß macht, den meisten Zeugen Jehovas, die leisten ihren Dienst einfach nur ab und das führt dann vielleicht auch dazu, dass es nicht besonders effizient ist. Ein Pionier zum Beispiel, ein Teilzeit- oder Vollzeitprediger, wie man das nennt bei den Zeugen Jehovas, der also sehr viel im Predigtdienst steht, schaut dann schon, wie kann ich meinen Predigtdienst so gestalten, dass ich möglichst viel Zeit zusammen bekomme für meinen Stundenzettel, den ich abgeben muss und ist dann vielleicht gar nicht so effektiv, sondern guckt, wie gibt es denn Möglichkeiten, wo ich sage, naja, dass der Predigtdienst schnell rum ist, dass er nicht so anstrengend ist und so weiter. Also als Beispiel, als Pionier hat man zum Beispiel gesagt, man läuft einfach nicht so schnell von Haus zu Haus, das ist so aus meiner eigenen Erfahrung auch, ich habe ja auch meine Zeit so etwas gemacht und hat man immer diesen Pionierschritt gehabt, wo man gesagt hat, so ein Pionierschritt geht, dass du halt von Haus zu Haus gehst, ohne dass, wenn du einen Mantel an hast, der sich bewegen darf, ja, also möglichst langsam. Oder man hatte so Sprüche wie, naja, ab der ersten Tür wird ja der Predigtdienst gezählt, wo man sagt, so die erste Tür, ab da zählt die Zeit und da haben dann manche Leute, oder Zeugen Jehovas natürlich dann auch so untereinander gesagt, naja, die erste Tür ist meine Autotür und was ich dann mache, ne, und dann hat man solche Ideen gehabt oder dass in einer Versammlung, wo ich war, in einer englischsprachigen Versammlung, ist man dann sehr, sehr weit gefahren auf eine Hochseeinsel in Deutschland, hat morgens jemand angerufen, einen sogenannten Rückbesuch, von da an hat man den Predigtdienst gezählt und dann ist man auf diese Insel gefahren, die ganze Fahrzeit konnte man alles mitrechnen, also da ist man sehr, sehr erfinderisch gewesen, wie man seine Zeit denn so zusammenbekommt, damit man auf dem Stundenzettel möglichst viele Stunden hat und daran sieht man schon, was die Motivation dahinter ist, nämlich die Motivation ist, es der Organisation recht zu machen. Also das mal so zu diesem Thema, Jehovas Zeugen und der verpflichtende Predigtdienst, ganz anders als das, was Jesus dachte und was Jesus auch vorgelebt hat, nämlich, und das finde ich eigentlich somit das schönste, Jünger machen im alltäglichen Christsein, das finde ich viel einfacher und viel schöner. Ja, vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast bei diesem Video und ich hoffe, es hat dir gefallen, gib mir gerne ein Like und lass auf jeden Fall hier unten, irgendwo hier ist ein roter Knopf, auf Abonnieren einmal klicken und vielleicht auch auf die Glocke und dann kriegst du gleich Bescheid, wenn es ein neues Video gibt und sag es gerne weiter, teile das Video gerne per WhatsApp oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und Gottes Segen. und Gottes Segen. Vielen Dank. Vielen Dank.